Herzlich Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Flex Calisthenics. Heute möchte ich mit dir über Wristwraps, Handgelenksbandagen sprechen. Und zwar, wann verwenden wir sie und wie verwenden wir sie richtig. Handgelenksbandagen, wie der Name schon sagt, die werden dazu verwendet, um unser Handgelenk zu stabilisieren. Das bedeutet, wir verwenden sie primär bei Übungen, wo wir diese Stabilisation auch benötigen. Und das sind primär Push-Übungen. Überall, wo wir Druck oder Last auf unser Handgelenk bringen. Das sind zum Beispiel Liegestütze, Handstand, Pike-Push-Ups, Dips, Ring-Dips und so weiter und so fort. Du merkst schon, überall, wo du irgendwie auf irgendeine Art und Weise auf deinen Händen aufstützt, da brauchen wir die Wristwraps. Beziehungsweise da kann man sie verwenden. Grundlegend empfehle ich dir, sie immer dann zu verwenden, wenn du ein bisschen ein Gefühl hast, dein Handgelenk fühlt sich nicht mehr ganz so stabil an oder deine Unterarme sind etwas dicht oder einfach sehr, sehr ermüdet. Und du merkst, jetzt kann ich nicht mehr so die notwendige Stabilität wirklich aufbringen. Oder wenn du eine sehr lange, ausdauernde Session auf deinen Händen hast, jetzt mal weg vom Calisthenics, zum Beispiel beim Yoga, wo du doch sehr, sehr viel in der Liegestützposition oder mit den Händen auf einer Matte verbringst, da kann es auf jeden Fall Sinn machen, mal hier und da eine Wristwraps anzulegen. Ich primär ziehe sie eigentlich immer nur bei Handstand-Push-Ups und der einarmigen Handstand an, weil da am meisten Last auf mein Handgelenk kommt und ich da einfach nochmal ein bisschen mehr Stabilität dadurch gewinne und somit einfach Verletzungen vorbeuge. Ich habe seit Jahren keine Handgelenksprobleme mehr. Das liegt aber auch daran, dass ich das Training so dosiert habe, dass es auch für meine Handgelenke ordentlich funktioniert. Genau, deswegen da anziehen. Wo brauchst du sie nicht? Wo sind sie eher hinderlich? Das sind Zugübungen, weil gerade wenn wir Klimmzüge, Chin-Ups machen, Muscle-Ups, Ring-Muscle-Ups, da wollen wir eher einen, ja, so einen Semi-Falls-Grip oder teilweise Falls-Grip anvisieren. Das heißt, wir brauchen ein sehr flexibles Handgelenk, ein sehr mobiles Handgelenk und ein, oder die Wristwraps würden eher dafür sorgen, dass wir dadurch, sag ich mal, ein bisschen, ja, verhindert sind in der Mobility und dementsprechend auf gar keinen Fall das bei solchen Übungen anziehen, sondern eher bei stützenden Übungen, bei Push-Übungen da gerne Handgelenksbandagen anziehen. Da sind sie auch wirklich notwendig. Genau, wie legen wir die ganzen an? Es gibt natürlich tausend verschiedene Varianten. Wir haben sogar unsere eigenen Flex Calisthenics, äh, Flex Calisthenics Wristwraps, ja, mit unserem Logo drauf. Äh, die kriegt jeder Klient bei uns und Klienten kriegen ihre eigenen Wristwraps bei uns. Und, äh, ja, wie legen wir die an? Wir gehen hier, also das ist jetzt mein, mein Lieblingsanwendungsbereich, gehe mit dem Daumen hier durch, ja, dann wickele ich, ja, über den Handrücken rüber, zack, ziehe dann nach Bedarf zu, mach's fest, ja, und dann nehme ich diese Schlaufe hier und schlupfe hier noch rein, damit ich einfach keine, ja, meine Handfläche einfach frei habe, was mir sehr, sehr gut gefällt, einfach bei Push-Übungen, weil ich dann einfach noch ein besseres Gefühl habe. Und, ähm, ja, grundlegend ist noch zu erwähnen, dass die Handgelenksbandagen auch wirklich über das Handgelenk gewickelt werden sollten. Das heißt, wenn sie irgendwo nur hier über den Unterarm gewickelt werden, dann unterstützt es mich nicht wirklich, ja, in meinem Handgelenk, sondern wenn ich da dementsprechendes verwende, dann möchte ich es auch wirklich über, hier, über das Handgelenk drüber wickeln, damit ich dann auch wirklich eine Stabilität darin bekomme, die, ja, man kann da immer das Ganze etwas dosieren, je weiter vorne, desto unterstützender ist es natürlich, je weiter nach hinten, da geht es dann wirklich um Zentimeter und Gefühlssache, da kann ich dann definitiv etwas weiter nach hinten rollen, immer ein bisschen unterschiedlich. Ich hab's immer ganz gern bei dem einarmigen Handstand zum Beispiel, die Bandage ein bisschen weiter hinten zu haben, damit ich grundlegend, ähm, maximalen Bewegungsfreiraum habe, aber in der Endposition unterstützt bin, bei den Handstand-Push-Ups, da nehme ich es eher ein bisschen weiter nach vorne, damit ich einfach sehr stabil im Handgelenk bin, genau. Ich hoffe, das hat dir, äh, ja, gefallen, beziehungsweise es hat dir weitergeholfen, das Video, damit du auch weißt, wie, wann soll ich, äh, wrist wraps verwenden, ähm, gleich mal vorne ab, die hier gibt's nicht zum Kaufen, falls die Frage aufkommt, sondern die gibt's dann nur bei uns, im Coaching sozusagen, und ja, wenn du grundlegend, äh, daran auch Interesse hast, dich mal coachen zu lassen und einfach Lust hast, dich nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen nervigen Themen zu beschäftigen und dir immer wieder die Frage zu stellen, wie soll ich jetzt mein, mein Training strukturieren, mache ich die Technik richtig, für was verwende ich überhaupt, wrist wraps, all solche Fragen werden bei uns im Coaching von Anfang an geklärt, damit solche Fragen gar nicht aufkommen, plus wir natürlich, äh, übernehmen dann eure komplette Trainingsplanung, das Technikfeedback, um einfach auch unsere Klienten dann so schnell wie möglich an ihre Ziele zu bringen, so effizient wie möglich, so nachhaltig wie möglich, darin sind wir richtig gut, das, äh, zeigen auch unsere zahlreichen Testimonials bei uns auf dem Kanal, kannst du dir auch gerne mal anschauen im, im Anschluss an dieses Video, deswegen, äh, ja, trag dir gerne einen Termin ein unter www.flex-calisthenics.com, äh, gerne einen Termin eintragen für ein kostenloses Beratungsgespräch, dann schauen wir mal, wo du aktuell stehst, wo du in deinem Training hin möchtest und, äh, dann finden wir da auf jeden Fall eine Lösung, wie wir dich da unterstützen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, gerne ein Abo dalassen, gerne das Video ein Like geben und dann sehen wir uns im nächsten Video, mach's gut, ciao, dein Flex. Ja.